Auf geht's! Ne, gerade noch was vorbeigekommen, Glück gehabt. Zum Barfußpringen wir die Chance, glaube ich, ein wenig zu hoch. Es gibt auch welche zum Barfußpringen. Die haben auch noch knapp halben Meter gehört. Auf einen Fuß um die Kurve an den Zuschauern vorbei, das macht Laune. Und legen noch eine Runde da. Tolle Leistung hier. Applaus für einen Barfußläufer rein!